Dies ist die Geschichte von einem Jäger und seiner Beute. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist... Dies ist der Kampf zwischen Löwe und Vogel. Es gibt nur eine Wahrheit, die absolute Wahrheit. Aus der Wahrheit werden Nachrichten. Ich komme wegen der Praktikantenstelle. Mein Name ist Azle Tuna. Kenan ist der Produktionsleiter dieser Sendung. Willkommen bei Die Andere Seite. Ich bin stolz auf dich. Lale, ich verfolge Ihre Karriere schon seit Ihren Anfängen. Ich hatte nur ein Ziel vor Augen, Ihnen zu begegnen. Du musst immer den Nachrichten hinterherjagen und nicht den Leuten. Man kann niemals einer von Ihnen werden. Die sehen auf uns herab und verachten uns. Kein Aufsteigen ist unmöglich. Du würdest mich nicht verstehen. Ich muss unbedingt berühmt werden. Der Vogel hält sich nicht um das Gesetz der Savanne. Ich spüre einen kalten Schauer, so als hätte mich andauernd ein Jäger im Visier. Die denken, da wo sie sind, schafft es sonst niemand hin. Hier fehlt der Funke. Weißt du, ich halte nicht viel von Lügen. Lügen kommen immer irgendwann ans Licht. Es gibt kein Zurück. Ich will, dass du endlich verschwindest! Ein Kampf zwischen übergroßem Ego und blindem Ehrgeiz. Was. What would you wish for?